Die schrecklichen Details von Jeffrey Dahmers Mordserie sind kaum zu ertragen. Er bevorzugte Geschlechtsverkehr mit toten Männern. Er verging sich an ihren Leichen und hatte sogar für ihn lustvolle Erlebnisse mit den geöffneten sterblichen Überresten seiner Opfer. Er zerstückelte sie nach seinen perversen Spielchen und aß von ihrem Fleisch. Körperteile wie Köpfe, Hände und Glieder bewahrte er im Kühlschrank auf zur weiteren Verwendung. Um der Verwesung all der toten Menschen in seiner Wohnung Herr zu werden, besorgte er sich ein Säurefass, in dem er die Leichen auflöste. Die Reste spülte er dann in der Toilette runter. Er machte auch Menschenexperimente und versuchte willenlose Zombies zu züchten, an denen er seine perversen Spielchen treiben konnte, ohne dass sie verwesten. Er baute Löcher an ihre Köpfe und injizierte ihnen Säure ins Hirn. Nach seiner Verurteilung gab er bereitwillig Interviews, um seine kranken Neigungen zu erklären. Jetzt folgt ein Ausschnitt aus einem dieser Interviews. Ja, als man mehr Zeit verstrich, ja, es war ein sexueller Anteil an dem Zerlegen, also an dieser Sache. Ich habe angefangen, einige Sachen davon aufzuheben, sowas wie Skelettteile und ich habe andere Teile aufgehoben am Kühlschrank und eine Sache führte zur nächsten. Und ich habe mehr und mehr, ich habe immer extremere Sachen machen müssen, um mich zu befriedigen. Und diese Spirale ist außer Kontrolle geraten. Der Kannibalismus hat dazu gefühlt, dass ich das Gefühl hatte, dass sie bei mir bleiben permanent, ein Teil von mir werden. Und ja, diese Neugierde zu wissen, wie Menschenfleisch schmeckt. Und das hatte auch eine sexuelle Befriedigung, das zu tun für mich. Nein, das Töten, ich musste das nur zum Ende bringen. Die Befriedigung habe ich nicht durch das Töten bekommen. Das ist, warum ich versucht habe, lebende Zombies zu züchten, als ich Säure mit dieser Baumaschine versucht habe. Aber das hat niemals funktioniert. Ich wollte die Menschen unter meine komplette Kontrolle bringen, damit sie bei mir bleiben. Ich wollte sie bei mir behalten, so lange, wie ich wollte. Und sie sind immer verwest. Jetzt gebe ich euch die ganzen schrecklichen Details von dem Fall des Serienmörders Jeffrey Dahmer. Er wurde genannt The Milwaukee Cannibal, beziehungsweise The Milwaukee Monster, weil er wirklich monströse Taten begangen hat. Er ist einer der weirdesten und verrittesten und krassesten Serienmörderfälle, die es gibt. Also die drei heftigsten Fälle, die ich kenne und ich kenne viele. Er war dem gleichen Geschlecht zugetan. Er war nekrophil. Er stand auf Afroamerikaner. Nekrophil heißt, dass er, naja, das ist, wenn du es tun möchtest mit den sterblichen Überresten von Menschen. Das ist nekrophilie. Also wenn du drauf stehst, es zu tun mit den sterblichen Überresten von Menschen. In seinem Fall war seine Präferenz schwarze Männer, die ihm äußerlich zugesagt haben, die er als attraktiv wahrgenommen hat. Und die allermeisten seiner Opfer waren auch schwarze Männer, die er in schwulen Bars angesprochen, mit nach Hause gebracht hat, dort angelockt hat, mit denen getrunken hat. Und ja, an den Getränken der Herren, die bei ihm zu Besuch waren, waren K.O.-Tropfen. Und er hat den Prozess des Tötens als lästig oder als nötiges Übel beschrieben. Wie er auch in einem Interview sagt, er hat keinen Wut, keinen Zorn, keinen Hass oder sowas auf diese Menschen gehabt. Im Gegenteil, er wollte, dass sie bei ihm bleiben. Und ja, die würden halt alle früher oder später gehen und seine Art, diese Leute bei sich zu behalten, war, sie zu töten, mit Strangulation erwürgen. Dann, was danach kam, ist so bestialisch und so schrecklich, dass man es kaum in Worte fassen kann. Und ja, er hat diese erotische Fantasie gehabt und sich davon angezogen gefühlt, mit bewusstlosen Männern zu interagieren. Die Steigerung oder die größte Lust hat er dann empfunden, wenn diese Männer nicht nur bewusstlos waren, was er zum Beispiel bei einem Jogger so erreicht hat, dass er ihn mit einem Baseballschläger draufgehauen hat und dann hat er sich daneben gelegt und whatever gemacht. Er hat aber die Steigerung, seine höchste Lustempfindung war, wenn das tatsächlich mit einem verstorbenen Mann passierte. Also er hat das Unaussprechliche gemacht, nachdem er diese Männer erwirkt hat. Und das ist noch nicht alles. Also da geht das für ihn quasi erst los. Also das war erstmal der erste Vorgeschmack, sein erster Leckerbissen, was er da hatte. Er hat diese Menschen dann noch eröffnet, wie man das in der Autopsie machen würde. Und hat dann, so wie er es in seiner Kindheit und Jugend mit Tieren gemacht hat, in der Reihen angefasst, angeguckt und das Unaussprechliche damit gemacht. Ja, das müsst ihr jetzt mal ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, weil das ist echt zu gruesome. Ich mache das Video auch ab 18. Weil das ist echt, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, wie ich das hier sagen soll. Das ist natürlich einfach extrem krass, was er getan hat. Er hat das dann mit vielen Männern gemacht, 17 Opfer insgesamt. Und jetzt kommt es. Er hat diese Menschen, das dann mit den Menschen getan und sterbliche Überreste, die fangen natürlich an zu verwesen. Das heißt, es gibt einen bestialischen Gestank und natürlich, also ich weiß nicht, ob ihn das gestört hat, aber diese Starre und Flecken und sowas, was sich dann bildet und so, das hat ja auch einen gewissen Ekelfaktor. Aber wenn man bedenkt, was er so gemacht hat, wird ihn das wahrscheinlich wenig gestört haben. Und auch Menschen innerlich, ich weiß das von jemandem, der Operation durchgeführt hat, man stinkt innerlich. Weil klar, wenn die Verdauungsorgane und so, wenn das eröffnet wird, dann stinkt das ja auch schon. Es stinkt auch schon, bevor die Person verweselt. Das ist unglaublich. Und er hat, aber es zieht natürlich auch Insekten an und zieht dann auch durch die Türen durch, sodass die Nachbarn den Geruch wahrnehmen und sowas. Und das wollte er nicht. Das war natürlich zum Nachteil für seine Gelüste, die er dann mit den sterblichen Überresten ausgelebt hat. Also hat er dann versucht, diese Menschen irgendwie zu konservieren. Also sein Traum war es, einen willenlosen Zombie-Sklaven zu haben, der nicht bei Bewusstsein ist, aber dessen Vitalfunktionen noch weitergehen, damit der Verwesungsprozess nicht startet. Also so ein permanenter Zustand der Bewusstlosigkeit, wo er dann sein was auch immer da an der Person machen kann. Zu diesem Zwecke hatte er, also einem Säurefass hatte er auch zum Zwecke der Beseitigung von Körperteilen von Menschen, die er getötet hat, er hatte teilweise auch Körperteile abgeschnitten, die im Kühlschrank aufbewahrt. Er hat davon auch gegessen, deshalb wird er auch The Milwaukee Cannibal genannt, der Kannibale aus Milwaukee, weil er halt Teile von den Menschen gegessen hat. Das war auch für ihn in seiner Psyche, in seiner Komplexität, eine Art und Weise, die Menschen bei sich zu behalten. Ich gehe jetzt gerade auf die grausamen Details, denn die psychologischen sagt noch nicht, er ist in seiner Kindheit, in seiner Jugend ist er alleine gelassen worden, die Eltern haben sich geschieden und sind komplett weggegangen beide und er ist alleine im Haus geblieben. Deshalb hat er diese Verlustängste, die ihn so umtrieben haben, deshalb dieser Drang danach, jemanden bei sich zu behalten. Dann dieses Verrückte, was entstanden ist, dass er mit toten Tieren rumexperimentiert hat, dabei hat sich seine Sexualität entwickelt. Dann noch irgendwas mit der Homosexualität, was sich das alles verknüpft hat und alles verbündet hat. Und dabei ist dann irgendwie diese Lust entstanden, mit diesen Männern diese schrecklichen Dinge zu machen, beziehungsweise mit den verstorbenen Männern diese schrecklichen Dinge zu machen. Und das Essen von Teilen von ihm war eine Möglichkeit, die Menschen bei sich zu behalten. Er hat Körperteile auch im Kühlschrank gehabt. Wer das sehen will, ich rate davon ab, ist es ganz leicht zu finden über Google Bildersuche, Jeffrey Dahmer Victims, also Opfer oder Jeffrey Dahmers Kitchen oder Kühlschrank oder so. Also, da kann man die Bilder sehen, die blende ich hier natürlich nicht ein. Ich erzähle euch das nur. Ja, und dann hat er sich halt gedacht, es wäre ja gut, wenn man halt diese Zombies irgendwie züchten könnte. Mit diesem Säurefass hat er, wie gesagt, die Menschen, die sterbliche Breste aufgelöst und dann in der Toilette runtergespült, weil es uns natürlich schwierig ist, so 1,80, 1,90 Meter Menschen da, ne. Ist natürlich schwer, dann den, ja okay, irgendwo zu beseitigen. Also hat er sich gedacht, wir machen jetzt mal Folgendes mit diesen Menschen. Als er die mit den K.O.-Tropfen gegeben hat und die bewusstlos waren und nichts mitbekommen haben, betäubt waren auch, sediert und mit Anästhesie weg, bewusstlos, ohne Schmerz empfinden, hat er eine Bohrmaschine genommen, hat denen ein Loch im Kopf gebohrt, in den Schädlecke, ein Loch rein und hat dann eine Spritze mit der Säure aufgezogen und hat in das Gehirn Säure injiziert, damit sich das Gehirn auflöst und seine Logik, seine Hoffnung war, dass diese Menschen halt permanent bewusstlos sind und aber trotzdem halt nicht anfangen zu verwesen. Seine Zombies, die er sich da gezüchtet hat, haben im Maximum wenige Stunden überlebt. Die sind alle verstorben, mit denen er diese Menschenexperimente gemacht hat. Es ist kaum zu beschreiben und wenn man diese Bilder dann auch sieht mit vollständig geöffneten Menschen, aus dem alles raus ist, das ist einfach nur nicht in Worte zu fassen. Er hat diese Männer auch, nachdem sie verstorben waren, in ganz merkwürdige Posen auf sein Bett gelegt, also in absoluten Verrenkungsstellungen komplett verdreht, diese Körperteile und Gliedmaßen und sowas verdreht und hat damit Fotos gemacht, die dienten dann wahrscheinlich auch seiner persönlichen Befriedigung danach, nachdem der Akt vorbei ist und die Person dann im Säurefass und im Klo weg ist, dass er danach noch was davon hat. Er hat das fotografiert, ich habe gerade diese Bilder vor Augen. Das ist einfach nur Schock, Horror und Ekel davor. Ich weiß noch, als ich das damals recherchiert habe und so weiter, ich habe das richtig aufgesaugt. Da habe ich mir gedacht, wie kann ein Mensch so sein? Wie kann man so werden? Wie kann man dabei Lust empfinden? Und das hat mich richtig hingegend gefesselt, um irgendwie herauszufinden, was sind die Antworten darauf. Aber das ist schwer zu beantworten. Das waren jetzt die grausamsten Details aus diesem Fall. Kurz zusammengefasst und erzählt. Ich denke, dass es so ganz gut ist, weil die Bilder kann ich nicht zeigen. Und auf diesem Wege, das Video mache ich ab 18, hatte ich euch ja gesagt, dass ich euch die Details in einem anderen Video mal erzähle und erkläre. Ich arbeite weiter noch an dem Fall, an dem hat ja Interviews gegeben und so weiter an der Übersetzung. Und ja, bleibt dabei. Danke für eure Aufmerksamkeit. Passt auf euch auf und geratet nicht in die Finger von solchen Menschen. Bis demnächst. Und rein. Bis zum nächsten Mal.